recht herzlich willkommen zur 49. folge von grand age medieval ja wir sind mit dem nilos unterwegs ist ja hier ist hier und wir müssen gucken das war an geld kommen ok das verkaufen aber schlecht verkaufen dann lassen wir das mal und was können wir kaufen sind früchte zum beispiel das würde auch gehen aber wir können uns nicht leisten so wie es aussieht das heißt wir müssen erst gucken dass wir unser unsere kohle verkaufen da fahren wir mal nach erla rüber gucken ob es da geht ob die das gebrauchen können ist auch gerade ein bisschen schwach hier mit kohle nur diese kohle auch die kohle schlecht bringt hier nix das ist eine weiße zahl herum erscheint mit das händler muss doch mal profit machen richtig wunderbar jetzt kaufen wir doch mal hierzu geht das ja immer noch 30 von mit 80 beim honig denn bei uns niemand mehr verkaufen dann kohle nur sechs und gut okay wenn wir 4.000 plus damit können wir noch mal eingehen okay noch mal 50 und ruhig mit 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 von den arten und 8.000 plus das geht super weg ohne ist ja auch gefragt super wurde es günstig und wir auch das grund nicht 80 ist ja auch günstig das würde uns keiner mehr anbieten noch 80 davon mit gut gucken wir dass wir die ware da verkaufen wir trinken überall oder und hier vor allem weil sie nichts haben und dann 180 passen noch zu kaufen und das lohnt sich noch die wollen uns kein kredit geben passt schon unterwegs zurück nach athen salz wird weg ohne geht weg also müssen wir runterfahren man so kein bier man möchte uns jetzt gerade nichts verkaufen oder wie wichtig schade kommen wir wieder ins plus wirklich da ist bloß nicht gern noch ein bisschen wir mitgenommen und die fälle gehen auch stoffe uninteressant wo es da unten identisch ist nach wo wir uns will uns keiner bekommen fisch erledigt untergehen und wir können hier aber den honig wieder kaufen neun ist das günstigste fisch 16 war davon 50 und jetzt können wir noch ein bisschen salz kriegen 18 0 wieder hoch das geht nicht das geht nicht tja so ist es schwierig ne kommt weg damit und nicht komplett können wir das kaufen ja können wir kaufen oder ist wohl der höchstpreis 600 dann bringt uns das nicht gut gut dann nehmen wir das noch mit dann müssen wir gucken dass mehr stoffe woanders los werden ist so gut wird es nur im stoff 30 und fahren können wir noch mitnehmen 60 60 bitte ohne ich ja okay dass ich nicht weg komplett hoch 24 und sie möglich und wir haben uns auch mit sich das ist nichts als klinik aber nur bis fleisch 360 das bw 600 noch 10 damit und dann geht die reise weiter nach konstantinopel irgendwie müssen wir an geld kommen weil so wie das hier ist ist irgendwie so nicht so dolle nach sollten wir mal ein bisschen mehr laderaum kriegen so ein bisschen geld gebracht das auch 260 super ein können wir da verkaufen relativ falsch hier nur 45 honig hier geht noch aber auch nur 6 treide wenn auch gut das füllmaterial gut gehen wir nach oben tja exquisit sachter gibt es für gleich einen preis hier und das auch das bier werden wir los 28 und den faden auch weg gut das war etwas honig könnten wir dann noch zu kaufen machen wir auch und jetzt immer macht sich dabei also was ist es 3 der schwierig zack wagen ist wohl konstanter gucken wir dass wir konstanter auch noch was weißen honig geht fast weg fast weg ist gute sagen 109 auf dem wagen aber hier getreide haben die nicht zack weg damit das wollen sie auch haben setzern gut mitnehmen kann man ja nix gut okay dann geht die reise da geht es nicht hin weil blau schon unterwegs immer noch tschernovitz guck mal dass wir in tschernovitz noch was loswerden die machten der punkt damals ich weiß nicht mehr was wir brauchen wir mussten wir hier weg und dahin bringen so okay das sieht gut aus holig geht 80 einheiten heute geht auch 116 einheiten wir kommen noch zu kaufen und hier werden wir stofflos 30 einheiten was kann man noch dazu kriegen vielleicht hier was ja wir von hier aber schon ja hier in 50 immer erst hier oben nach unter wissen wissen wo ich da haben das ist gut das geht nicht ganz auf und so nicht 368 geht auch was 18 das funktioniert nicht aber da wird was gehen sechs einheiten gut und ist es nicht ja wo haben die ob was sie mitnehmen sieht nicht so aus ne ich glaube dann sind wir erstmal durch die nächste stadt krakow nicht ganz neune hier oben wird auch getreide zwölf einheiten stoff geht auch was wunderbar wir kaufen werkzeuge nicht kommen wir nicht jetzt haben wir irgendwas gemacht aber egal kaufen da auch nichts hier geht auch nicht heller geht auch nicht haben sie nichts probiert hier geht gleich was ja hier geht was ein stück das geht nicht alle gehen wir schon lohnt sich aber nicht weil der wein ist schon teuer gut sind wir durch immer mal hier budapest mit geht schauen wir in budapest was verkauft werden kann und ist eine große stadt vielleicht kann man auch nichts verkaufen wir haben wahrscheinlich ein großes angebot ne ja so sieht's aus aber kein honig das ist doch schon mal schön sie haben kein getreide das ist noch besser viel getreide haben nämlich alles cool 80 144 und nicht lohnt nicht hier haben sind überschuss 12 einheiten fälle müssen wir auch zu planen sieht so aus hier noch mal hier noch was kriegen wir da was bei nein hier was bei nein hier was bei ja die tippe waren darüber und zwar 18 stück rolle für 60 ist glaube auch ein guter preis passt jetzt holen wir noch ein bisschen ausbauen geht aber nur zwei tück geht hier was steigt sofort 37 im holz ist noch günstig steigt aber auch relativ zügig 14 gut budapest mal gemacht ziehen wir weiter und dann würde ich sagen gehen wir hier rüber nach krakow ja jetzt sind wir hier bei 76 67 68.000 noch ein bisschen plus zurzeit hier wenn wir mal los wir könnten ein paar los werden das war aber 250 300 da gibt es 20 weg hier wird auch was. und hier ist 91, 80 Finde weg, wir können was beikaufen, kohle, kohle geht, zack, 100, äh, wo hat man noch was, hier 250, geht auch noch was, da ist er weg, und das war es auch erstmal, dann geht die Reise weiter nach Ternowitz, und da würde ich aber sagen, machen wir nächste Folge weiter, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid, bis dann, tschüss!